Wir haben ihr Haarpunkt gut auch tatsächlich im Wald vergraben. Also bessere Markierungen gibt es nicht. Zwischen zwei Steinen zum Beispiel. Hier ist ein krasses Signal. Leitwert 99. Oh shit. Wildschweine. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall raus aus dem Wald. Jetzt laufen die da lang, ey. Ach nein, da sind die schon wieder. Hoffentlich gehen die nicht in Angriffsmodus über. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich denke, heute wird es richtig interessant. Wir sind an einem ehemals deutschen Dorf, hier in diesem angrenzenden Waldstück. Und als die Wehrmacht damals im Zweiten Weltkrieg kapitulierte, gab es hier eine massenhafte Flucht in diesem sehr, sehr wohlhabenden Dorf hier. Und jetzt wird das auf jeden Fall interessant. Einige haben ihr Haarpunkt gut auch tatsächlich im Wald vergraben, an markanten Stellen vergraben. Als Metalldetektor habe ich den Expedius II mit der Multifrequenzspule. Und damit sind wir wirklich bestens gewappnet für große Signale. Gut, die kleinen Signale nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Kann immer was Schönes sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Dann würde ich mal sagen, Metalldetektor raus und los geht's. Ja, relativ schwach, aber dennoch. Lautwert 65. Wir schauen mal. Ach, da ist eine Wurzel. Versuchen wir mal, ohne die Wurzel hier durchzuhacken. Irgendwas sehr kleines. Das ist keine Münze. Das ist ein schöner Knopf, glaube ich. Uh ja, der sieht alt aus. Also ich muss sagen, das ist ein richtig cooler erster Fund. Ich schätze mal das Alter auf 200 Jahre vielleicht. Hier ist ein 83er Signal. zwar ein bisschen schwach. Na, ich glaube, ich habe es schon. Stein. Da habe ich was. Und das sieht direkt mal interessant aus. Ja, ich würde mal sagen, das ist eine Verzierung. Aber von was? Hier war das auch irgendwo dran vielleicht. Hier ist auch was. 81 hört sich sehr gut an. Eine Münze, die sieht gut aus. Das sind zehn Rentenpfennig. Sehr guter Zustand. 1924. Ich habe mich jetzt einmal umgedreht. Schon ist hier das nächste gute Signal. Wir haben tatsächlich noch eine Münze. Ja, leider ist hier nichts zu erkennen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen gereinigt haben. Ja, das dürfte eigentlich fast an der Oberfläche sein. Hört sich trotzdem gut an. Schauen wir uns an. Nein. Ach, hier. Kusch. So, was haben wir? Was ist das denn? Was besseres haben wir im Moment nicht. Irgendwas kleines. Kleines feines. Kleines feines. Da haben wir es. Ach, ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist wahrscheinlich eine Schuhschnalle. Bestimmt einige hundert Jahre alt. Hier ist wieder ein schönes Signal. Bleibwert 84. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall sehr nah dran. Wenn wir Pech haben, ist es was Nullzeitliches. Eine Münze. Schön. Ja, ich glaube, man wird drauf was erkennen können. Ja, da haben wir doch was für mich. Das sind zwei Steinpilze. Die sind auf jeden Fall zum Verzehr nicht mehr geeignet. Wenn der Hut so matscheweiche ist, hat man ruckzuck eine Pilzvergiftung. Obwohl die eigentlich essbar sind. Tara ist zwar nicht da, aber Gesellschaft habe ich trotzdem. Ganz viele neue Freunde gefunden. Ja, wir nähern uns jetzt hier gerade dem höchsten Punkt auf dieser Seite des Dorfes. Und ja, da ist ein schöner alter Stein und meiner Meinung nach der ideale Ort, um was zu verstecken. Also hier fangen tatsächlich vermehrt Eisensignale an. Die hatten wir vorher nicht. Leitwert 62. Naja, da kommt man nicht so gut ran. Irgendwas ist hier auf jeden Fall nicht sehr groß. Gut, müssen wir jetzt ein bisschen aufbuddeln hier. Okay. Ja, hier ist das, was wir suchen. Okay, das ist ein Verschluss von irgendeinem Gefäß. Was haben wir hier? Aha, irgendwie so einen riesen Nagel. Boah, der ist ja heftig. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Wofür war der hier? Stand hier mal was? Also hier neben dem Stein ist tatsächlich ein starkes Signal. Okay, vielleicht lohnt sich das ja. noch so ein Nagel. Krass. Ne, das war es auch schon. Zwischen den ganzen kleinen Eisensignalen haben wir das hier raus gefischt. Da habe ich jetzt Hoffnung in das Signal. So, was haben wir? Was ist das denn? Vielleicht eine Musketenkugel, die platt geschossen wurde. Hier ist zum Beispiel eine markante Position. Zwei hübsche Steine nebeneinander. Ne, hier ist nichts. Aber werde ich auf jeden Fall mal um solche Punkte mal ganz intensiv drumrum suchen. 75. Eigentlich sehr, sehr gutes Signal. Eine Patronenhülse. Mit dem Stempel wird es schwierig, aber ich glaube nicht unmöglich. Hier ist ein krasses Signal. Leitwert 99. Da liegt was. Ein Löffel. Vom Gewicht her, aber eher nicht Silber. So, hier ist der nächste markante Punkt. Wieder ein schöner großer Stein. So, da ist auch noch ein zweiter. Also bessere Markierungen gibt es nicht. Zwischen zwei Steinen zum Beispiel. Das ist auch witzig, wenn der Baum sich da den Stein schnappt. Einfach mal drumrum wächst. Ich glaube, eine gute Position, Dinge zu vergraben wäre aber auch, wenn da wenige Wurzeln in der Nähe sind. Also wenn ich überlege, wenn ich da was Großes wie eine Milchkanne vergraben möchte, dann auf jeden Fall da, wo keine Wurzeln sind. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir ein großes Signal. Aber das ist wieder so ein riesiger Nagel hier. Boah, der ist ja noch größer. Heftig, wofür wird denn das verwendet? Ja, der ist ein bisschen kürzer. Das ist aber auch gut verrostet. So, was haben wir denn hier? Hier ist noch was. Noch einer. So, ich glaube, ich weiß wozu die Nägel gehörten. Hier sind zumindest gerade zwei, drei Holzbalken. Und hier stecken die drin. Also vielleicht stand hier mal ein Turm oder sowas ähnliches. Und dafür wurden die gebraucht. Ob man wohl sagen kann, wie alt dieses Holz hier ist? Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Hier haben wir auch Ziegelsteine. Ja, als ob hier irgendwas gestanden hätte. Ja, gutes Signal. Leitwert 81. Schon draußen. So. Eine Münze. Eine Eins sehe ich. Hier ist es tatsächlich gerade ein bisschen zu dunkel. Für meine Augen. Aber sieht interessant aus. Die werden wir auf jeden Fall bestimmen können. Schönes 85er Signal. Eine Münze. Sie sieht silbern aus. Wird Aluminium sein. Die Sache ist jetzt nur, welche ist das? Ich denke, das kriegen wir noch raus. Hier haben wir noch einen markanten Punkt. Scheint aber auch nicht gut auszusehen. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch weg. Hier ist vermutlich noch der Wildschweinkohl. Hier ist das Boot. Ich hoffe, die sind jetzt weit weg. Und ich gehe jetzt in die andere Richtung. Da sind sie wieder. Oh shit. Lauft. Man, 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 ey. Da hinten hört man es immer noch rascheln. Die sollen einfach nur weggehen, bitte. Jetzt bin ich ein gutes Stück gelaufen. Jetzt haben wir hier auch wieder so einen schönen Stein. Das Ding hier? Was soll das sein? Klumpen Eisen. Ja, super. Schade. Ach nein, da sind die schon wieder. Ja, los weg da. Hoffentlich gehen wir nicht in Angriffsmodus über. Jetzt habe ich mich fast noch hier hingelegt, weil ich hier nicht aufpasse. Okay. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall raus aus dem Wald. Das ist hier auf jeden Fall mir ein bisschen zu doof. Jetzt laufen die da lang, ey. Oh Mann. Ja, jetzt sind wir raus. Und nee, das brauche ich nicht nochmal haben. Und wenn ich mir das hier mal so angucke, dann ist die Sache klar. Die suchen sich hier im Schlamm. Und ja, wahrscheinlich wollen die da wieder hin. Deshalb nichts wie weg hier. Ich bin raus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Dabei. Ja.